Entschuldigung, bitte. Wiss ich schon? Ich glaube schon, ich weiß nicht genau. Schauen wir mal. Wo ist denn der Mirka-Espanus? Warte mal. Hauptbahnhof ist da. Wildkreisbahnhof hier. Wo sind wir? Rudolfsstraße. Rudolfsstraße, ja hier. Nächster Halt, Hauptplatz. Was war denn da los? Ja, ich habe Druck da. Schauen wir, was da mit dem Gleis passiert. Ja. 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 Ich weiß es leider nicht so gut. Ja. 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 Ja.